Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Nach der leicht peinlichen Erkenntnis der vergangenen Folge werde ich die Situation beim Leben natürlich noch anpassen und das ganze Zeug anliefern lassen. Für uns soll es aber heute in Taborima weitergehen. Treiben wir hier nochmal unser Unwesen und stellen ein paar weitere Häuser auf. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Bevölkerung auf der Insel. Da seht ich aber, könnten wir schon mal gleich die Wansa-Holzfäller hier hoch in die Ecke verfrachten. Ich gehe mal davon aus, da müssen nicht mehr so viele Stickereien und Co. aufgestellt werden. Dann können wir euch auch einfach mal mit hier unterbringen. Solange ich den Platz nicht brauche, könnt ihr den euch nehmen. Die Straße fehlt euch noch? Gebe ich euch? Kein Problem. Dann, wie stellen wir jetzt hier die Häuser auf? Wo kommen die öffentlichen Gebäude hin? Och Moment, da ist ja noch ein Holzfäller gar nicht gesehen. Nur dann, hier mit hin. Direkt. Mach's dir bequem. Können wir den Platz also auch noch nutzen? Die Lehmziegelei. Warum steht die denn da drüben so allein? Warum steht die denn nicht hier rechts mit? Passt die da nicht mehr mit hin oder wie? Na doch. Dann machen wir das natürlich auch so. Hier. Ach, geht keine Brücke drüber? Gut, dann eben nicht. Funktioniert ja auch so. So, das kann gern alles so stehen bleiben mit den Brücken. Hier nehmen wir aber mal das Lagerhaus noch raus. Eins sollte für die Lehmziegelein genügen. Nur da kann das hier oben noch mit aufgestellt werden. Ach, einfach mal mit da hingesetzt. Das brauchen wir noch. Für die Tefffarm, die ja hier noch die Lehmziegelein versorgt. Also einmal nach oben mit dir. Ach, ach. Kann man die Straße noch ein Feld weiter nach unten verschieben? Das werde ich dann doch noch besser finden. Geht doch, passt doch. Dann machen wir's auch. Das hier weg. Lagerhaus einfällt weiter nach unten. Und die kann dann gern auch da noch mit an die Straße direkt drangesetzt werden. Nun, feier Platz. Hm. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ich würde ja wieder vorschlagen, das Ganze erstmal wieder zu kopieren. Natürlich, wieder im Blaupause-Modus. Aufgestellt gehen wir mal hier am Kanal entlang. Brauchen wir den Kanal überhaupt noch? Wir haben da oben ja jetzt einer, die dann das versorgt. Und die Pumpe hier unten könnten wir die Feuerwehr doch gleich mit hier dran stellen. Das müsste doch ausreichen dann. Ach. Ach. Moment. Moment. Hab ich gleich. Bin gleich soweit. Wenn ich da hier so das Rechteck setzen wollen würde. Ist da noch genug Platz für die Feuerwehr? Ja. Perfekt sogar. Könnte man meinen. Dann. Damit dran. Kanal gesetzt. Angeschlossen das Ding. Und aufgestellt. Kann also der Kanal an der Stelle komplett entfernt werden. Dann können wir mit der Geschichte hier auch noch ein bisschen weiter nach rechts rücken. Ja doch. Ich ziehe es jetzt mal so nach unten. Ein bisschen Anpassung wieder. Moment. Da stimmt noch was nicht ganz. Das muss ja schon seine Ordnung haben hier. Straße dran. Obwohl. Ha. Ein Feld mehr haben oder nicht haben. Sag ich mal. Nehmen wir das mit. Einmal bis dahin. Dann ziehen wir die Straße hier an. Gehst du weg. Gehst du weg. An dieser Stelle wollte ich nur sagen. Schön zumachen wieder das Ganze. Und. Ja. Ja. Da müssten wir jetzt nochmal ran. Hm. Könnte man den Kanal vielleicht nicht auch noch. Ja. Ja. Könnte ich auch noch auf die andere Seite verschieben. Wollen wir das tun? Bringt das was? Ich schaue es mir mal kurz an. Zumindest. Die Strecke hier. Könnten wir da noch. Rausholen. Dann passen hier nämlich auch wieder. Wie üblich. Unsere schönen Rechtecke hin. Ja. Ja. Doch. 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 So machen wir das. Da jetzt wieder welche hin. Schade. Da geht es nicht ganz auf. Aber auch kein Problem. Machen wir das an der Stelle halt. Moment. So. Da kommt hier noch ein Häuschen hin. Und packen wir jetzt. Obwohl. Das könnte man eigentlich so lassen. mit der Stelle bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Jetzt reißt mir doch nicht den Kanal wieder weg. Was soll ich denn davon wieder halten? So. Hütten. Aufgestellt. Hütten. Hier oben. Auch. Aufgestellt. Jetzt kommt noch eine zweite Reihe daneben. Und vielleicht sogar eine dritte. Müsste man nochmal schauen. Wenn nicht. Kommen dann die öffentlichen Gebäude an die Reihe. Dann nehmen wir uns mal das hier so raus. Blaupause. Blaupause sagte ich. Und erweitern das Ganze mal hier in diese Richtung. Zweimal. Da ist noch Platz für eine dritte Reihe. Sehe ich jetzt. Na das ist doch fein. Sowas sieht man doch gern. Und dann kann man das Ganze ja hier mit den Straßen schon mal erweitern. Man weiß ja schon wohin die Reise geht. So ungefähr. Sag ich mal. Marktplatz. Schön wieder mittig gesetzt. Hier mit hin würde ich sagen. Ach. Lieber mal so rumgedreht. Das können wir ja gleich aufstellen. Straße daneben. Und den ganzen anderen Kram jetzt noch mit aufgestellt. Polizei. Reicht für alle. Podium nicht vergessen. Wo war es denn? Ja. Bei den Hürten. Da. Brauchen wir wieder zwei Stück. Hm. Dann setzen wir eins dahin. Und eins hier unten mit dran. Dann sollte wieder jeder zufrieden sein. Passt da jetzt noch ein Krankenhaus mit rein? Ja. Dann machen wir das doch. Auch überall kann es erreicht werden. Ah. Aber setz es trotzdem mal da oben mit hin. Weil. Wir ja da hier den Bereich noch haben. Da muss auch noch oben was hin. Können wir ein weiteres Wohnhaus. Wir entwickeln jetzt erstmal wieder noch welche. Mein Junge. Aufstellen kommt später. Das Schöne kommt zum Schluss. Weiß man doch. Da überall noch ein paar Straßen mit dran. Hier könnte man jetzt noch schauen, ob das Kloster reinpasst. Aber nein. Das war ja wieder ein bisschen breiter, sag ich mal. Hm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei breit. Dann stellen wir dich hier mit rein. Sechs Felder breit. Meint ich natürlich. Dann passt das Ganze hier. Oh. Die Handelskammer, die müsste man da aber mal wegräumen. Jungs. Geht da vielleicht noch. Hier oben geht auch. Und ich hätte gern noch ein paar Häuser. Packen wir da noch welche mit hin. Da noch welche mit rein. Da noch welche mit daneben. Da wäre noch Platz. Das ist doch wie gemacht dafür. Da sehe ich noch was. Hallo? Was ist denn da jetzt los? Wo ist denn das Problem? Wieso darf ich nicht? Ach, ich darf doch. Und da ist doch auch der Wurm drin ist, der da. Lieber mal die Straßen mitnehmen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das wäre jetzt Reihe Nummer 3. Gut. Da reicht es ja. In etwa. Hier. Hm. Na, wie machen wir das denn hier? Die Straße brauchen wir an der Stelle nicht. Das heißt... Kanal an der Stelle weg. Komplett. Und einmal eine schöne, stabile Brücke da drüber gesetzt. Das weg. Das nochmal raus. Hier die Straße erweitert. Passen da auch noch ein paar Häuser mit rein. Hier dann aber nicht mehr. Füllen wir jetzt den Platz noch aus. Und rüsten den anderen Kram noch auf. Wie viel hätten wir denn da hier so? In der Stadt? Brauchen wir nicht den Platz. Kann noch gefüllt werden. Sehe ich. Zwei Stück. Packen wir da jetzt noch mit rein. So viele wundervolle Sprachen und Farbenfrohige... Also ehrlich. Da wundert man sich manchmal wirklich. Es würde sogar noch ein Feld weiterreichen, wenn ich die Sache so sehe. Aber dann wird es knapp. Ach, hier oben muss man da noch einen extra Marktplatz mit hinstellen. Denn die Feuerwehr reicht aber dafür aus. Und hier hinten kann man ja auch noch einen mit platzieren. Fällt mir jetzt nicht wirklich was ein, was ich da sonst noch mit hinstellen könnte. Ach. Ein Feld weiter nach links. Müsste dann aber das Lagerhaus hier noch. Dann können wir das Ganze so anschließen. Und es läuft. Und es läuft. Es läuft. Polizeibahre reicht... Naja, eigentlich auch bis hier hoch. Nehmen wir mal das ganze Gebüsch hier raus. Versperrt mir doch wieder die Sicht. Weg damit. Hm. Das nehme ich mir noch mal. Ja, passt. Zweimal noch hin in der Breite. Hm. Und so rum? Nur einmal. Schade. Hätte ja sein können. Dann machen wir das noch mal so rum. Stellen hier drüber. Den Marktplatz auf. Podium. Noch daneben direkt. Und mehr brauchen wir doch an der Stelle eigentlich gar nicht. Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe. Das bitte noch einmal hier unten hin. Und das bitte noch einmal direkt daneben. Nehmen wir das ja noch mal schön raus. Das entfernen wir noch mal fein säuberlich. Da sehe ich nämlich noch Platz für ein paar Häuser. Ja, das muss dann erst einmal zugepflastert werden. Die Brücke werden wir jetzt noch verschieben hier. Und zwar an dieser Stelle. Alles andere kann so bleiben. Grünfläche wieder entfernen. Und aufgestellt. Obwohl auch hier oben. Geht nicht. Aber hier. Alles füllen, was geht. Überall hinstellen, wo es möglich ist. Ja, hier neben dem Lagerhaus. Was wir an der Stelle doch eigentlich auch gar nicht mehr benötigen. Kein Weg. Du nimmst mir den Platz. Und die Sonne. Hoch mit dir. Dann stellen wir hier auch noch ein bisschen was mit hin. Wie viel passt denn noch? Ja, immerhin. Fünf Stück an der Stelle. Da noch eins. Lohnt sich schon mal ein bisschen. Hier unten auch noch Platz für zwei. Marktplatz steht direkt daneben. Sollte also keine Probleme geben. Ja, und hier hinten packen wir jetzt auch einfach noch eine Reihe mit dran. So sehe ich die Sache. Lassen die Läutchen wieder einziehen. Schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie viel man da noch aufrüsten könnte. Und dann gibt es noch ein paar Hürden. Äh, ein paar Älteste. Hier in Taburina. Und nun, hier oben, den Bereich noch füllen. Liegt ja auf der Hand. Müsste man eigentlich schon machen. Ah, na gut. Dann gehen wir einmal... Ja, puh. Dann gehen wir einmal hier wieder an der Küste entlang. So, am Berg nach oben. Ach, das gefällt mir aber nicht so wirklich. Hm. Na, obwohl. Na, obwohl. Stellen wir erstmal die restlichen Straßen hin. Vielleicht wird es ja besser. Dich können wir doch jetzt hier hinten noch mit platzieren, oder? Ja. Da bist du auch noch mit im Bereich. Oh, was passt denn da noch für Häuser hin? Huiuiuiuiui. Machen wir einmal so. Gehen hier einmal nach unten. Och. Passt das von der Breite her? Drei aufgestellt. Ach. Eins zu wenig. Eins zu wenig. Können wir das noch um eins verbreitern? Oh ja. Können wir. Dann passt das. Dann geht das. Dann ist alles wie es soll. So, so und so. Ha, 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 ha. Jawohl. Lassen wir gleich mal so stehen. Denn so wird das dann auch weitergehen. Puh. Puh. Schweißtreibend wieder heute hier. Und da es nur an der Stelle gerade ist, nehmen wir das nochmal weg. Gefällt mir sonst nicht. Ja, und nun? Aufgestellt, das Ganze. Reihe Nummer 2, Reihe Nummer 3. Öffentlichen Gebäude. Die Straße hier kommt jetzt auch nochmal etwas weiter höher. Es fügt sich wieder alles zusammen. Sag ich euch. Ach. Moment, Moment, Moment. Hätten schon gern euch zwei hier. Dann geht es doch schneller. Drei Reihen nach unten. Mordplatz. Es ist Zeit für dich. Ich weiß, dass ich da noch mit dem Kanal durch muss. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es mache. Müsste man eigentlich hier, mittendurch müsste man da. Dann müsste man das eigentlich auch verschieben. Hätte ich es mir auch ersparen können. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ich baue immer erst und schaue dann zu spät. Da müssen wir mit dem Kanal noch lang. Komm, jetzt hier. Dazwischen gezogen, das Ding. Angeschlossen. Und dann nochmal kopiert. So hätte ich es gern. Nein. Och Mann. Tut mir das doch nicht an. Was denn wieder los? Kann man das nicht gerade hinstellen? Waren die Anweisungen wieder undeutlich? Scheinbar schon. Natürlich wieder über einen schönen Überweg drüber gebastelt. Und dann gibt es hier für euch an der Stelle auch die Feuerwehr. Das müssen wir dann doch nochmal wegnehmen. Sorry. Hin da jetzt. Straße, ran, kanal, angeschlossen. Es ist aber ab. Und nun? Wir sind 123, 123. Jetzt sind wir sieben Felder breit. Oder? Hm. Oder wartet. Moment. Moment. Da würde ja hier sogar noch ein Haus mit dazwischen passen. Ach, es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid für euch, die ihr da zuschaut hier. Dieses ganze Durcheinander. Dieses Chaos. Das ist das. 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 So geht's doch. Glaube ich jetzt. Hm. Hm. Gut. Polizei. Könnten wir jetzt hier mit in die Ecke stellen. Halt. Da brauchen wir noch ein Feld dazwischen für die Straße. Dann wäre hier drüben genug Platz für Kloster. Reicht das bis ganz hoch? Oh, würde ich fast mal behaupten. Und für Krankenhaus. Ein Platz zu wenig. Oh ja, wieder klar. Podium müssen wir jetzt noch irgendwo mit dazwischen quetschen. Wo packen wir das denn mit hin? Wo packen wir das denn mit hin? Ach, das wäre doch. Ach nein, doch nicht ganz. Hm. 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 Und eigentlich müsste man den Marktplatz hier hinstellen. Oder hier hin. Am besten hier hin. Dass man den Bereich hier unten auch noch ausfüllen könnte. Ach. Nochmal neu das Ganze. Packen wir die Feuerwehr halt da mit hin. Brauchen wir mit dem Kanal nicht ganz so weit zu gehen. Die Polizei darf aber gern an der Stelle stehen bleiben. Dann nehmen wir aber Krankenhaus noch mal mit hier runter. Und dann können wir das Podium nämlich auch direkt mit daneben stellen. So sieht es doch mal aus. Viel besser. Viel besser. Nochmal weg den Quatsch hier oben. Kloster da dann mit dran gesetzt. Und schon kann das Ganze weitergehen. Im üblichen Verfahren. Einmal hätte ich jetzt hier nur gern noch was stehen. Dann können wir das Ganze hier nehmen. Zweimal. Dreimal. Jawohl. Reicht es noch bis da hoch? Naja. Wir müssen ja sowieso noch was aufstellen. Von daher auch egal. Brauchen wir da noch eine Feuerwehr? Oder reicht das bis komplett hoch? Och das reicht eigentlich. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Da dürfte alles gelöscht werden können. Brauchen wir mit dem Kanal also nicht weiter zu gehen. Ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten, aber... Ja, es ist halt so schon wieder soweit. Dann mach ich mich bereit. Und wir stellen weitere Häuser auf. Oh, kommet. Dann könnt ich aber gleich mal hier noch ein Schiff zum Kaiser schicken. Ah, ein bisschen was einkaufen. Ein paar Wanserbretter und Co. abgreifen. Ihr wisst schon Bescheid. So, das kann eigentlich auch raus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Angelegenheit hat sich erstmal erledigt. Reicht doch für euch bestimmt noch hier, oder? Ja, das reicht noch. Nehmen wir mal weg die Straße hier. Dann passt sie vielleicht auch noch mehr hin. Ja, sieh mal einer an. Was da noch mit hingeht. Dann, neuer Marktplatz. Genau, neues Podium. Hm, machen wir mal. Machen wir mal so rum. Podium da mit dran. Brauchen wir noch was anderes? Polizei reicht. Bis hoch. Feuerwehr auch. Hatten wir schon geschaut. Kloster. Ja, nicht so wirklich zufriedenstellen. Dann wird es schon langsam etwas lichter da oben. Aber vielleicht auch noch möglich. Und Krankenhaus. Null Problemo. Na, das ist doch. Schön ist das doch. Dann können wir den Rest hier oben auch noch mit dran klatschen. Einmal an der Stelle. Einmal an der Stelle. Und einmal noch. Da drüber. Dann haben wir es. Hm. Drehen wir das Ganze an der Stelle mal so rum. Warum denn nicht? Kann man ja auch mal machen. Passt ja sonst sowieso nichts weiter mit hin. Baumaterial fehlt. Hm. Hat ich doch schon geahnt. Angebot? Sollte ich meine Minister herbeirufen? Mein Sohn hat mich gewarnt. Ruhe. Wande, Mann. Du hast nichts zu melden hier. Du bist unterwegs. Du bringst uns Material. Dann können wir ja gleich noch ein bisschen weiter aufrüsten. Den guten Diener könnten wir jetzt noch. Wo haben wir denn noch ein bisschen? Auf Lager, wo wir es in naher Zukunft nicht mehr brauchen. Hier. Na, roll it hin. Dann nehmen wir noch ein paar Lehmziegel mit. Schicken wir den Diener mal nach drüben. Oh. Moment. Da können wir doch das Ganze hier noch um eins erweitern. Sollte doch machbar sein. Ah. Oder auch nicht. Jetzt können wir nach Berlichingen zurück mit dir in die Heimat. Dampf mal ab hier. Das Ganze wollte ich jetzt hier noch erweitern. Einmal wenigstens noch. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, wieder schief. Ich muss da mal ein ernstes Wörtchen mit dem Baumeister sprechen hier. So kann das nicht weitergehen. Tja, ich weiß nur nicht, ob wir die Küste jetzt hier an der Stelle noch brauchen. Aber hinpassen tut ja sowieso nicht viel. Gut. Dann Schluss. An der Stelle. Für euch ist dann hier Ende im Geländer. Und da passt schon mal gar nichts mehr mit hin. Hier oben hatten wir auch den Platz schon ausgefüllt. Wäre nur noch hier unten der Bereich. Und da kommen wir wohl nicht drum herum, da auch noch einen Marktplatz und ein Podium mit aufzustellen. Wie sieht es denn aus hier direkt neben dem Lagerhaus? Könnte man eigentlich tun, könnte man das. Podium mit dran. Straße daneben. Hier ist dann noch Platz für Häuser. Hier passen sogar auch noch welche rein. Das ist ja mal ordentlich. Kann man nicht meckern. nur noch überall ordentlich die Straße dran setzen. Und ja, ich schaue mir gleich wieder die Probleme an, die da wieder entstanden sind. Nur noch schnell hier die paar Häuser aufstellen. Äh, nein. So nicht, mein Jung. So nicht. Da müsste ich mit der Straße aber nochmal durch. Äh. So wirklich passt da nichts hin? Hm. Hm. Vielleicht die Teff-Farm noch darüber? Ach nein. Das reicht ja auch vorn und hinten nicht. Bleibt's halt ungenutzter Platz. Da auch nichts möglich. Aber hier drüben. Passen noch vier Stück hin. Sogar noch mehr. Na, aber. Jetzt vielleicht hier doch nochmal schauen. Geht da noch was? Kann man da noch was? Ha. Mit Brücken vielleicht? Aber das ja auch nicht so wirklich. Nee. Nee. Also. Nee. Nee. Sag ich da. Wenn ich direkt hier am Berg entlang gehen würde. Na super. Zwei Stück an der Stelle. Naja. Gut. Wir können's ja mal stehen lassen. Und damit hätten wir doch jetzt den Platz überall gefüllt, oder? Ja. Die unten, die unten, die unten, die hier. Die, 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 die Ecke hier. Hm. Hm. Pack ich die Brücke doch mal lieber da hin. Und ein paar Meter kann ich dich bestimmt auch verschieben, oder? Ja. Kann man tun. Machen wir so. Packen hier noch ein paar Häuser mit dazwischen. Und da bekommen wir den Platz auch noch voll. Halt. 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 So. Und nicht anders. Ähm. Kurz nochmal weg. Brücker. Ich müsste da nochmal. Vielleicht. Eventuell. Mit der Straße durch. Geht das? Ach. Geht gar nicht. Na super. Äh. Ähm. Ja. Warum denn eigentlich nicht? Dann machen wir es halt so. Wenn ihr wollt. Dann kann hier doch wieder einer gesetzt werden. Und schon ist alles voll. Eigentlich passt ja hier jetzt auch noch was hin. Na? Wenn man es ganz genau nimmt. Aber belassen wir es mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dabei. Rüssten wir jetzt nochmal auf, was geht. Du solltest mir noch ein paar Lehmziegel ranholen. Das machen wir jetzt noch. Zum Horizont. Schwingen noch einmal den Aufrüsthammer. Und dann wären wir für heute schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und beim nächsten Mal geht es dann zurück. In die alte Welt. Oder nach Rilogny. Mal schauen. Wo brennt es hier wieder? Gasförderstätte. Mehr nicht. Das war es. Gut. Dann ist ja in Ordnung. Wie lange brauchst du jetzt noch? Na ja. Ein bisschen schon noch. Dann können wir ja auch schon mal schauen, wo es dann weiter geht. Natürlich. Abgesehen davon, dass wir hier unten in Leerforz noch ein paar geleerten Häuser aufstellen müssten. Aber wo hätten wir denn da noch eine Insel zur Verfügung? Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf... Wir könnten... Wir könnten... Na, wo haben wir es denn? Hier. Wir könnten die Paprika farmen, die wir hier stehen haben. Die könnten wir noch hier runter nach Knölle Schoten packen. Oder ich könnte das ja erledigen. Ich weiß es noch nicht. Und dann könnten wir die Insel auch noch nutzen. Für eine weitere schöne Siedlung. Sieht doch nicht übel aus. Da lässt sich doch was aufstellen. Und ich glaube auch, dass wir das genau so machen werden. Kann man ja schon mal sich vormerken. Her jetzt die Lehmziegel, mein Junge. Dann gehst du gleich noch mal zum Kaiser. Beidrehen! Und ich gehe jetzt noch mal hier drüber. Einmal die paar hier hinten noch. Hätte ich gern. Dann nehmen wir euch noch mit. Oh, komplett bis zum Hafen runter. Dann sieht es schöner aus. Hier hinten die Ecke natürlich auch noch. Viertausend noch. Hohoho. Da darf ich noch. Auf der Seite komplett. Alles Älteste. Gefällt mir. Gefällt mir. Ihr seid auch alle bereit. Immer noch 2700. Hui. Nicht, dass ihr mir dann ein paar Waren zu viel haben wollt. Aber klaut ich mal nicht. Sogar der Bereich kann komplett genommen werden. Und bei euch fehlen ja nur noch ein paar Bewohner. Es ist so wundervoll. Jeden Tag aufs Neue. Das sag ich mir auch immer wieder. Auch wenn es nicht immer stimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, damit hätten wir unseren Dienst an dieser Stelle hier getan. Abdrehen beginnen. Abdrehen beginnen. Die machen wir mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber die nehme ich dann später noch mit. Machen wir hier jetzt noch die paar. Nehmen wir die Reihe noch mit. Was ist denn bei euch hier mangelhaft? Aha, aha, aha. Der Marktplatz. Gut, okay. Dann nehmen wir halt die nächste Reihe. Und das war's. Keine Wandserbretter mehr. Ja komm, dann. Dann mach schnell jetzt. Dann mach aber wirklich schnell. Dann nehme ich dich noch mit. Wande, Mann. Und dann war's das aber wirklich. Die paar greife ich mir dann auch noch. Da kommen sogar schon die Ersten. Naja, nee, das dauert mir jetzt noch. Das mach ich dann noch fix. Ein bisschen später. Für heute soll es das gewesen sein. Die 450 Hürden. Die lassen wir nochmal auf Reserve. Und wir gehen jetzt wieder zur Expedition. Und sehen uns beim nächsten Mal dann in der alten Welt wieder. Eine bärenstarke Begegnung. Bärenangriff. Die Gruppe denkt über diese sehr reale Gefahr nach, als bedrohliche Brummlauter sie wie angewurzelt zum Stehen bringt. Wie ein Totem richtet sich 50 Meter vor ihnen ein gewaltiges Exemplar auf und versperrt ihnen den Fluchtweg. Die Gruppe bleibt regungslos stehen und wartet auf Anweisungen. Nur dann, den Bären angreifen, der den Weg versperrt. Da draußen sind wilde Bestien. Zeig dir mal, wer hier der Chef im Ring ist. Die Hüfte des Bären wird vom Meisterschützen ins Visier genommen. Er taumelt, bevor er sich ins Unterholz stürzt. Ihre Mannschaft ist erleichtert, dass sie auf das sichere Schiff zurückkehren kann, ohne dem mächtigen Biest dauerhaften Schaden zugefügt zu haben. Gut, so kann man es auch machen. Eure Entscheidung. Da mische ich mich nicht ein. Fahrt mal schön weiter. Und wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo da gelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.